Ja, und das ist er, der Meistertrainer Wolfgang Kröger. Los geht's, wie immer mit der Begrüßungsformel, gemeinsam mit den Lehrgangsteilnehmern. Übrigens für Nicht-Kampfsportler eine ungewohnte Szenerie. Hier zeigt uns Wolfgang Kröger eine Katama aus gefaltetem Stahl. So ein Gerät kann locker 10.000 Euro kosten. Die Schuhe etwas weniger. Ganz besonders wichtig ist eben in der Kampfkunst, natürlich auch im Kampfsport allgemein, das langsame Üben, um einen hohen Lerneffekt zu erreichen. Sehr viel Aufmerksamkeit wird natürlich auf die Falltechniken gelegt, um Verletzungen vorzubeugen. Hier sehen wir Verhaltenstrainer Joachim Schweitzer und Lamin Dumbia bei ihrem Übungsteil. Ninjutsu ist kein Kampfsport, sondern eine Kampfkunst. Da gibt es kein Falsch, sondern nur ein Anders. Ja, und auch fürs Fernsehen macht Wolfgang Kröger eine gute Figur. Trainer hier vor Ort vorstellen. André C., siebte Dahn, Goschintayutsu und vierte Dahn, Budutayutsu. Dann Thomas Hofmann, auch siebte Dahn, Goschintayutsu und vierte Dahn, Budutayutsu. Und Ronald Schlegel, er hat den vierten Dahn, Budutayutsu und den sechsten Dahn, Goschintayutsu. Wir sind schon sehr lange zusammen und trainieren schon seit, ich denke, seit den 90er Jahren miteinander. Und wir fühlen uns sehr wohl dabei. Wir sind fast so richtig Budufreunde geworden. Er kann es auch anders. Muto Dari, das heißt sowas wie waffenloser Weg. Auch hier gut zu sehen, die Falltechnik von Patrick Schneider. Das, was hier fast spielerisch ausschaut, gehört zu den schwierigsten Bereichen überhaupt. Saki Jutsu, intuitiv reagieren, wenn ein Gegner unverhofft von hinten angreift. Wolfgang Kröger, es gibt ja eine ganze Anzahl von Kampfsportarten. Gibt es denn auch, aus Ihrer Meinung, als Großmeister gesprochen, eine Kampfsportart, die verschiedene Komplexe anderer Kampfsportarten in sich vereint? Oder muss man jede Kampfsportart individuell als etwas ganz Besonderes anschauen? Wie sehen Sie es? Es gibt viele, viele Ähnlichkeiten. Auch parallel zu anderen Kampfsportarten. Das, was wir machen, dieses Budul-Tariotsu, sind halt eigentlich viele, viele Elemente, die in anderen Kampfsportarten auch gemacht werden. Mit dem Unterschied, dass vielleicht die eine oder andere Technik etwas anders ausgeführt wird. Zum Beispiel Wurftechniken im Jodo sind etwas anders wie unsere Wurftechniken. Aber im Grunde genommen geht es eigentlich aufs Gleiche raus. Nun sind ja die Ursprünge der Kampfsportarten weitestgehend im asiatischen Raum zu sehen oder zu suchen. Worauf führen Sie das zurück? Das ist eine schwierige Frage. Nach meiner Kenntnis nach gibt es vieles im asiatischen Raum, aber auch in anderen Ländern. Wie zum Beispiel, ich weiß es, von Ägypten her oder auch in Amerika hat es auch Kampfsportarten gegeben. Man hat nicht dazu Kampfsport gesagt in Verteidigungstechniken. Und ich denke, dass gerade diese Verteidigungstechniken eigentlich weltweit gemacht worden sind. Wenn man im Hintergrund ihre Zöglinge beim Üben beobachtet, das sind ja technisch schwierige Elemente, die man da so sieht. Da fällt mir ein Sprichwort ein. Das Skatspiel und das Singen kann man nicht erzwingen. Gehört auch Talent dazu, um sich solche Fertigkeiten anzueignen? Oder reicht es, wenn man den bedingungslosen Willen hat, wenn man körperlich fit ist, wenn die Trainingsbereitschaft vorhanden ist, um es dann auch zu einer gewissen Größe zu bringen? Ja, eigentlich ist beides richtig. Man kann mit viel Ehrgeiz, mit viel Üben, kann man vieles erreichen. Wenn man natürlich von Natur aus Begabtes oder die entsprechenden Ambitionen hat, dann geht es natürlich etwas schneller und kann man natürlich noch bessere Ergebnisse erzielen. Aber im Grunde genommen kann das eigentlich jeder lernen. Und ich finde auch, wenn es einen nicht so gut kann und wenn er sich fit damit hält und auch seinen Körper ins Gleichgewicht bringen kann, finde ich es immer sehr positiv. Was nimmt eigentlich der Aktive von so einem Lehrgang mit nach Haus? André C. erklärt es uns. Man nimmt als erstes die Atmosphäre mit, die unser Meister ausstrahlt, bringt die in das Training mit ein. Man nimmt die Techniken mit. Am wichtigsten aber ist es, dass man die Grundprinzipien, die gezeigt werden und auch auf andere Techniken, Waffenlos und Ähnliches, dann mit widerspiegeln kann. Und dort mit anwenden. Hat Spaß gemacht. Television Zwickau Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich bin, werfen, waifu, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!